Der Bruder fragt, dürfen Männer Trommel spielen? Es gibt eine Art von Trommel, die nennt man Ad-Duff oder Ad-Def. Ad-Def. Das ist eine Art von Trommel, die von den Sahabiyat damals gespielt wurde. Manche Gelehrte sagen, dass es auch erlaubt ist für Männer. Wenn der Prophet S.A.W. den Def erlaubt hat, andere wiederum sagen, nein, das ist nur für die Frauen erlaubt. Deswegen sollte man das am besten den Frauen überlassen. Okay? Trommel. Wallahu alam.